Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ja man, heute ist zwar richtig regnerisch, aber ich dachte, ich mache trotzdem mal wieder eine Grass Session. Wird mal wieder Zeit. Ich meine meine letzte Grass Session, die ist bestimmt zwei Monate her locker. Boah, es ist so windig heute, das ist wirklich nicht mehr normal. So, wir rufen mal Jonas an. Was geht? Es ist sehr kalt. Alter, es ist so kalt draußen. Warte, ich stell dich mal hin. Ich gehe jetzt mal raus. Ach, du gehst raus? Du machst auch noch Session? Ja klar, hä? Ja geil! Äh, gut Flash. Machst du auch gut Hypa. Äh, gut voll Hypa. Den machen wir direkt nochmal. Tornado hook, cut for the leg. Man kann halt gar nicht tricken bei dem Boden. Du landest halt einmal und rutscht halt direkt weg. Ist halt gar nicht geil. So, Jonas macht jetzt genau das gleiche. Tornado hook. Warte, sagst du cheat 9 statt Tornado machen? Ja komm, okay. Machs schwerer. Cheat 9 hook. Card full D-Lag, Junge. Geil, Alter. Boah, Junge, ich hab keine Ideen. Doch, irgendwas, irgendwas. Oh, warte, teste mal Korks und Kork an. Tja, auf nasser Wiese, Digga. Bist du komplett lost. Dann ist voll fast voll wenig. Ja, okay, das kann man machen. Aus welchem Setup? Wie du willst. Okay, dann standing. Man muss sich mal hier angucken, wie das aussieht, wenn man auf nasser Wiese trickt. Oh, man muss mal gucken, wie windig das hier ist. Die Blätter fliegen schon weg. Irgendeine Scoot-Full-Pop-Full-Combo, die ich auch versuchen kann, ne? Ja, okay, warte, warte, wir machen Scoot-Flash-Master-Scoot-Full-Pop-Full. Das ist nicht zu schwer, aber mach du das ja. Ja, okay, ich mach das. Okay, ich leg jetzt noch einen drauf. Ich mach jetzt Standing-Full-Hyper, Master-Scoot-Full-Hyper, Scoot-Full-Hyper. Man kann nichts wirklich machen. Man sieht's ja, ich bin jetzt schon 20 Mal weggerutscht gefühlt. Hier die ganzen Spuren. Man landet einmal im falschen Winkel, direkt slidet man so bei den ganzen Boden. Also man kann halt gar nichts machen. Ich hab erst gedacht, dass man vielleicht den einen oder anderen Duck machen kann. Aber ich glaub, das kann man heute auch vergessen. Einfach mal wieder barfüß so ein paar Flips machen. Das Gefühl so wirklich zu spüren, das brauchte ich jetzt auch mal wieder. Also mir war schon klar, dass man da nicht gut tricken kann, aber dass es wirklich so cancer ist, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber egal, ich fahr jetzt gleich zu einem Concrete-Spot, werd dann da noch ein bisschen weiter tricken, weil das gerade war ja nichts. Das ist ja. Das ist ja. Du hast es jetzt schon mal wieder. Du hast es schon mal wieder. Und du hast es schon mal wieder. Und du hast es schon mal wieder. Bis zum nächsten Mal.